M! Wo ist Sam? Achso. Geht's los? Geht's los? Geht's los? Es geht los? Oh, es geht los, Digga. Endet mal auf den anderen scheiß Modus. Den sicken Modus. Es geht direkt los. Oh, wer ist wer? Achso, okay. Geldjunge, der Pfeil. Ja. Das ist der Proving Ground für Geldjunge jetzt. Wenn er das holt, dann ist das schon sick. Das letzte Mal hat Kevin noch gegen Alex gewonnen. Chico Dinero. Jetzt ist er schon bis Geldjunge geworden. Ist er besser geworden? Hat Kevin heute einfach verstanden? Wer war er? Schade, schade. Oh mein Gott, let's go. Falsch gemietet. Keine Tipps. Wer ist so jung dafür? In dem Alter liest man einfach noch nicht. Nee, nee. Aber Alex ist auch super jung, ne? Wie alt ist denn Alex? Er ist auf jeden Fall nicht Geldjunge. Aus den 20. Oh, guck mal, der kriegt das leider, ne? Nee, das ist Geldjunge, ist nicht der letzte... Naja, die haben noch drei. Let's go. Schön, das war krank. Das war richtig krank. Alex ist 26? Nein, das ist nicht 6, er ist super jung. Er hat mir erst gestern gesagt, dass er super jung ist. Kein Witzig. Aber er ist nicht Geldjunge, Junge. Nee, er ist nicht so jung wie Geldjunge. Sonst darf er sich nicht Geldjunge nicht. Alex ist so alt, Leute. Komm, Paolo! Gib ihm was er braucht. Alex ist schon 36. Alex ist 95 Jahre alt. Kein Witzig. Ist ja ein Hobbit, der einfach nicht Geld hat, so wie ich. Er darf nicht zuhören. Oh mein Gott. Er geht direkt rein. Schön. Nice. Ah, schade. Guter Read, guter Read. Schön. Ohhhh! Falco! Das ist so dumm, Alter. Ab geht, Pauli, ab geht! Zieh durch, Alter. Zieh durch, Alter. El Capitalistosistema. Si! Si, Papa! Aha! Aber Alex geht auch noch rein, ne? Oh! 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 Digga, der geht ja komplett ab. Das ist der Geldjunge, der wir alle kennen. Und lieben! Er war halt gerade noch partieren, so. Er hätte Faschen können, ja. Nein! Digga, egal was du machen willst. Pauli hat immer noch eine Frage. Oh! Fuck! Will hier einer einen machen, Alter? Was passiert? Chico Dinero! Er geht... Schwäger ihn! Was? Also... Ich glaube, Pauli will einen machen heute. Ich glaube, der will ordentlich einen machen. War ein Kind jetzt oder eine Abtreibung? Hahaha! Abtreibung ist illegal. Oh mein Gott! Oh! 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 Oh mein Gott! Das war so krank! Oh mein Gott! Das war das so! Er wurde gefickt, Alter! Guck mal, das ist egal! Der freut sich richtig! Alex ist richtig serious! Der Geldjunge spielt nur mit dem... Spot dodge! Let's go! Oh, shit! Oh mein Gott! Ich dachte, das ist ja schon gewesen! Oh mein Gott! brave! Go, come! Oh mein Gott! Pros dichrius! Wir sind Berliner! Wir sind... Des... Oh! Ohhhhhhhh! Also, erinnere mal auf Geld, Junge wieder. Chico Dinero stacking las Monetas. Ja, krank, krank, krank. Every single Moneta. Ich brauche noch ein Bier, Kubo. Willst du mir noch ein Bier? Ja, gib mir 50 Cent, Alter. Nimm das Bier und trink den letzten Stück erstmal. Ja, ja, gleich. Und dann pack das Bier auch zurück, wo es hingehört. Nein, krank, das ist vielleicht noch gerade. Wow. Was ist das denn? Hier. So flat für die nächsten zwei Bier haben. Da soll ich die wechseln. Okay. Alex fängt immer ganz gut an, ne? Alex ist auch sick. Warum hat der eigentlich so auf den Sack bekommen, auf diesem Pre-Air-Archadien hier? Er wurde halt von Kevin gebummst. Er wurde halt von Kevin gebummst. Kevin hat letztes Mal nicht gut gespielt. Oh, let's go. Schön. Chico Dinero rollt das erste Moneta. Chico Dinero. Wir müssen das jetzt auf Georgisch noch übersetzen. Eigentlich. Georgisch? Ja. Alex auf Georgisch ist Alex. Ja, aber ich meine Chico Dinero. Aber Chico Dinero ist doch deutsch. Er hat mit dem Spanisch nichts zu tun. Ich kann es auf Finish übersetzen, aber es kriegt noch nichts. Na, wie heißt er dann? Oh! Raucherboike. Was? Raucherboike. 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 Guck mal. So. Richtig den Alex absmoken, Mann. Oh mein Gott. Alex ist Russe. Ja, äh, Nassarovia. Und abhär. Schön. Frank. Achso. Digga, was... Scheiß auf kyrillische Buchstaben, Alter. Römisch das einzig wahre. Ne, Grieche scheiße, oder? Arabische Zahlen auf jeden Fall. Oh ja, stimmt. Arabisch, ne? Ah ne, ist es römisch. Oh Gott. Was wäre denn ein Geldjunge auf Arabisch? Arabische Zahlen raus aus Deutschland. Es ist all Geldjunge. Irgendwas mit Habibi. Nein, Habibi ist mein Süßer. Oh mein Gott. Aber er ist auch ein Süßer. Ja, super süßer. Ich finde, also... Er ist nur 17, okay? Du willst nicht sein nächstes Nightmare. Age of Consent in Deutschland. Alles gut. Das Kommentar ist gar nicht frei. Das ist okay. Wir reden gerade nur den Namen. Let's go! Ah, hey, hey, hey! What the fuck? Gau immer noch ein Bier. Oh mein Gott, was macht eigentlich... Okay, ey! Geldjunge auf Arabisch ist Sabi Allmal. Sabi Allmal! Sabi Allmal! Sabi Allmal! Was heißt denn Alex? Auf... Alex. Wahrscheinlich Alex, ne? Alman Alex. Alman Alex. Oh, oh! Ich glaube Alex und spannend wäre Alejandro. Alejandro. Oh! Oh, oh, oh! Das ist Lady Gaga. Ja, warte mal. Aber das ist jetzt spannend. Und 2-0 für Geldjunge. Kann alle... Mach mal jetzt das Alexi weg hier. Was hast du da mit dem Georgischen gemacht? Ich bin 30. Mach mal jetzt den Geldjunge gegen Alexi. Mach... mach... Hol mir ein Bier. Zu dem Bier, den? Ja. Ey, mein Bier. Das ist schon sick, Alter. Mein Bier. Ja, hol den Bier. Du bist ein Wichser. Ich bin nicht von dem Scheiß-Turnier. Hast du schon? Ja. Nochmal. Oh! Ist das möglicherweise das Ende? Für einen der Anwärter... Für den Favoriten hier. Na klar. Oh! Fuck! Was ist das denn? Das ist ein Dick-Dick-Scheiß. Big Dick-Energy. Aber... Aber ey... Also... Alexi hat jetzt... Was? Oh! Oh! Das war fast ne Big Brain-Down-Tick. Geil, er reagiert. Das stimmt fast. Oh! Das war sick! Oh shit! Naughty! Oh! 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 Oh, schade, 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 schade. Er wollte zu viel. Zu heiß. Zu heiß, da hab ich gehört. Zu heiß. Hey! Einfach so, also... Alexi hat drei Stages ausprobiert... Die funktionieren gerade am besten. Insanzig noch nicht so ganz ausgezahlt. Ja, ich glaube... Ich glaube, das ist auch ein junges Lieblings-Stage. Er geht immer auf Yoshis und macht immer so nutty Sachen und dann ist der, der immer. Ah, deswegen... Loki oder Heikki. Manne auch! Es ist Loki Heikki, sein Lieblings-Stage. Dreamline ist bester Stage. Können wir noch drauf? Joki kann Geltchen und sein Gesicht nicht mehr fühlen gerade. Was? Oh nein! Er macht Hobbystock! Er macht Hobbystock! Er ist eine Maschine! Eine Maschine ist er! Es gibt immer einen Hobbystock! Er sagt ja, der ist das neue Mango! Ja, Paul ist er! Er ist wohl das neue Mango! Sabbeleser von Letch! Jedes Mal! Oh! 3-0! 2-0! 1-0! 5-0!